Ich scheine ein begehrter Mann zu sein, dass alle nach mir, huch, da geht's ja gar nicht weiter, dass alle nach mir suchen. Uh, das Strafing ist aber lustig. Wey, uh, wie Surfen. So, ähm. So, was haben wir denn hier? Klauen wir denen nochmal das Brot. Ich glaube, der ist da hinten. Ich hoffe, seine Lordschaft verkraftet das. Pendleton, meine ich. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Wieso das? Hallo, Mr. Corvo. Ich mache dann mit meiner Arbeit weiter. Jo, dann mal los. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, denn ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Caldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Das siehst du mal, was ich nicht alle schon gemacht habe. So, dann sollen wir an Bord von dem gehen. Aber vorher gehe ich nochmal zu meinem, äh, zu meinem Dealer hier. Äh, da ist er. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Jo, zeig her, was du hast. Mal sehen, Verbesserung. Wir haben jetzt noch, äh, 1300 Münzen. Mal gucken, was wir uns denn so... Ich sage häufig mal gucken. Mit K. Das schreibt man doch anders. Man sagt mal gucken. Schgucke. So, Schgucke, was wir hier verbessern können. Kugel-Kapazität, Bolzen-Kapazität 2. Granaten, Springminen, Artefakt-Kapazität. Hm. Also ich rüste erstmal die Bolzen auf. Das kann man eigentlich immer gebrauchen. Artefakt-Kapazität. Momentan haben wir noch nicht wirklich... Kampfbetäubungs-Bolzen. Äh. Aha. Ähm. Sind das nicht die Bolzen für die Armbrust? Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Oh, okay. Gut. Kaufen wir das mal. Oh nein. Dann haben wir ja gar nichts mehr gekauftes. Betäubungs-Bolzen. Watt. Wir haben keine mehr. Kaufen wir mal für den Rest der Kohle Betäubungs-Bolzen. So. Dann sind wir jetzt pleite. Okay. Hier liegt auch nichts mehr rum, was wir irgendwie zu Geld machen könnten. Hat eine zweite Lösung. Zeitungsartikeln von prominenten Naturphilosophen. Ach, von Piero. Na gut. Wir wollen uns möglichst schnell um die nächste Mission kümmern, um wieder Kohle zu haben. Hoffentlich fährt das Boot. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Jo. Dann kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Maske auf. Caldwin-Brücke. Der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolow entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lord Regenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine seiner möglichen adeligen Unterstützer. Seiner mächtigsten adeligen Unterstützer. Aber egal. Sokolow lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Caldwin-Brücke. Äh, yep. Was sagen Sie dazu, Kaupung? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dumbledower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolow, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissen als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da werden wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolows Gemächern auf Sie. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Gucken wir uns doch hier mal um. Was hier so liegt. Ich brauche natürlich möglichst einen Weg nach oben, ohne dass mich gleich jemand entdeckt. Woher komme ich da hinten hin? Da komme ich rauf. So. Ich mag übrigens den Synchronsprecher von der Stimme eben. Ich weiß auch nicht. Ich finde die Stimme irgendwie, klingt irgendwie cool und lässig. Ich weiß auch nicht. So. Mal gucken, wo wir hier am besten... So. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. So. Mal sehen. Wir müssen da hinten hin. Zugbrückenscheinwerfer. Da hinten müssen wir hin. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgaben. Ähm, da kommen wir glaube ich nicht durch. Mal sehen. Da oben kommen wir nicht rüber. Wo kommen wir denn hier weiter jetzt? Ähm. Darauf kommen wir auch nicht. Weil da kommen wir ja nicht durch, oder? Oder ist das eine Tür? Der würde mich sofort sehen. Ähm. Ich gucke am besten auch mal kurz mit dem Herz. Ah, dahinter sind Rune und Knochen-Artefakt. Ansonsten sehe ich hier gerade nix. Wobei, wir könnten uns glaube ich hier hinten rumschleichen. Ah, da ist ein Fisch. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ach, komme ich hier nicht rauf? Nö. Das ist ja blöd. Ich dachte, jetzt komme ich hier rauf irgendwie. Wo kommt man denn hier weiter? Mal schauen. Ah. Äh. Ich sagte gerade A, weil ich annahm, dass ich... Hallo? Ähm. Ich stelle mich ja jetzt aber auch an. Bin ich jetzt echt so doof und musste da tatsächlich durch eine Tür durch? Okay, machen wir es nochmal. Ich musste da wahrscheinlich wirklich durch die Tür durch. Ich habe es natürlich nicht gecheckt, dass da eine Tür ist. Also nochmal von vorn das Ganze. So. Das hatten wir ja schon. Ah, ah. Wups. Sorry. Mir ist da gerade wieder mal irgendwie die Tastatur hängen geblieben. Also muss ich wohl wirklich da unten durch, wenn das eine Tür ist? Ach du... Wer hat mich da gesehen? Doch, die haben mich gesehen. Er muss hier irgendwo sein. Wie konnte der mich von dort aus bitte sehen? Was war das? Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Hierher! Na toll. Ich lade mal kurz. Äh, ich sagte, ich lade mal kurz. Weil irgendwie, ähm, ja. Ich sollte auch in den Schleichmodus gehen. Verzieh dich! Ja, das ist natürlich scheiße, wenn man, äh, wenn man nicht im Schleichmodus ist und denkt, oh, pff, die sehen mich doch nicht. Quatsch. Wie sollen die mich sehen? Ich bin doch total, äh, im Schleichmodus. In Wirklichkeit läuft man da rum, so quasi mit so einer, so einer Sirene auf den Kopf. So, von wegen, hier bin ich. Guckt mich an. So, dann versuchen wir's mal. Äh. Hier kommt man ja doch nicht durch. Ähm, warum hab ich das jetzt gemacht? Also hier kommt man nicht durch. War ich da vielleicht... Nein, ich war doch... Hä? Ähm, äh, irgendwie bin ich jetzt gerade verwirrt. Ich hab das Spiel jetzt schon ein bisschen nicht, ein bisschen, ein bisschen nicht gespielt. Also da kann ich den Alarm deaktivieren. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Äh. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgaben. Schön, ich komm hier nirgendwo hoch und weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ähm. Ja. Aber ich habe eine... Nein, da komm ich auch nicht hin, oder? Nö. Hä? Hä? Ich habe das definitiv schon mal gespielt. Also nur... Ja. Schön. Ich habe das definitiv schon mal gespielt. Und bin auch irgendwie weitergekommen. Aber jetzt gerade... Hänge ich irgendwie und weiß nicht, wo ich links muss. Hä? Sorry. Das ist jetzt natürlich total blöd, dass ich hier gerade... Ist da hinten die Tür? Bloß da hinten ist die Tür und ich, Depp, bin voll vorbeigelaufen. Ja. Da ist die Tür. Ja. Da sieht man mal wieder... Ja. Okay. Das, ähm... Läuft hoffentlich gleich ein bisschen besser. Wenn ich... Wenn ich durch diesen... Das schaue ich mir mal besser an. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Hier komme ich also gerade nicht durch, weil ich den Schlüssel nicht habe. Das heißt, wir gehen hier einfach mal ein paar Stockwerke höher. In der Hoffnung, dass hier keiner ist. Ah. So. Ja. Den Lagerhausschlüssel. Ah. Schleichschuhe. Eine neue Verbesserung. Ist hier sonst noch was? Ein bisschen Mana? Mana. Mana. Party. Sorry, den Witz hat letztens auch schon irgendjemand gemacht. Deswegen... Dehne ich das hier nicht wirklich aus. Was rede ich eigentlich gerade für ein Quatsch? Kann mir das mal jemand... Sagen? Nein. So. Ich wollte hier einfach mal ganz nach oben gehen. Ich bin nämlich das letzte Mal... Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Nee, keine... Ich dachte, hier wäre jetzt eine Bedienkonsole oder so. So. Ich bin es hier einfach mal ganz nix. Ich bin es hier. Ich bin es hier. Ich bin es hier. Okay. Und jetzt geht es. Seh jetzt... Bis zum nächsten Mal.